WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wir sind jetzt hier an der Wildschilds Strecke und die lassen uns richtig krachen. Die Wildschilds sind im Ziel, gleich geht es dann weiter mit der Siegeerung der Wildschilds und danach dann Start der E-Bike Stage, heute wieder von unten nach oben und später am Nachmittag dann hier der Prolog der großen Klasse. Das war die Stage 5, quasi verkehrt rum mit zwei Spitzkernen, die technisch ganz schön anspruchsvoll war und sehr lang nach oben ging. Das heißt, jemand mit einem starken Motor war definitiv auch am schnellsten letztendlich. Das ist das letzte 판 wig. Und dann stopp uns zur Seite. Das war's für heute. Ja, Junge, Junge, das war ein Wochenende hier in Ascherm, Chiemgau. Kaiserwetter, drei Tage lang, wir haben alles geschafft, keine Schwerverletzten, alles top gelaufen. Kommt alle gut nach Hause, wir sehen uns Anfang Juli in der Wildschönau, wieder in den Bergen. Macht's gut, bis bald!